Vinylboden von der Firma Vineo, die neue Kollektion Serie 600 Wood, haben wir hier zum Einsatz gebracht. Es ist ein Renovierungsraum, das heißt wir haben einen sehr offenen Bereich, Esszimmerbereich wie Küche. Vineo 600 ist genau der ideale Boden dafür, wo kann man ihn einsetzen, welche Vorteile hat man mit dem Boden, welche Dekormöglichkeiten hat. Wir wollen Ihnen in diesem Video das präsentieren, was sich Vineo gedacht hat mit dieser neuen Kollektion. Die Voraussetzung hier in diesen Räumlichkeiten war es, einen sehr modernen, robusten, angenehmen Boden zu bekommen. Das ist nicht so einfach, wenn man sagt, ich möchte renovieren, ich will meine Küche aber drinnen lassen, die Küchenzeile blieb drinnen, möchte aber meine Räumlichkeiten so auffrischen, ich will einen neuen Hauch in den Raum reinbekommen, wie kriege ich das hin, wenn man die Wände weiß gestaltet und wie kriege ich es trotzdem hin, dass der Raum wohnlich aussieht, trotzdem irgendwo modern. Aber ein Boden muss für mich aber auch pflegeleicht sein, der muss aber auch irgendwo robust sein, der muss im Alltag eben tauglich sein, dass man so Stühle und Tische und Bewegungen, dass er das alles aushält. Der Bereich, den wir uns hier zeigen und angucken, ist der Bereich in einem Wohnraum, der am allermeisten reflektiert wird. Das heißt, wo die meisten Bewegungen auf dem Boden sind, wo die meisten Gegenstände runterfallen, Macken, Kratzer, von drinnen nach draußen gekommen wird mit Steinchen und Matsch und Sand und alles, was da so möglich ist oder auch im Küchenbereich mit Wasser. Und all dies hält der Vineo 600 aus. Da sind die echten Vorteile drin. Über Jahre hat man dieses Produkt weiterentwickelt, die Klickverbindung weiterentwickelt, die Verbindungstechnik an sich, der flache Aufbau, all das haben Sie bei dem Vineo. Ich gehe jetzt mit Ihnen ein bisschen näher im Küchenbereich und zeige Ihnen, warum auch dieses Produkt so genial ist in der Renovierung. Küchenzeile ist drinnen geblieben, steht auf alte Fliesen drauf und jetzt hatte der Bauherr hier die Situation zu sagen, ich brauche einen Boden, das sich anpasst in der Aufbauhöhe. Das bedeutet, man hatte plötzlich einen wichtigen Faktor zu berücksichtigen, das ist die Aufbauhöhe. Und das haben wir mit dem Vineo 600 auf jeden Fall. Ein Vinylboden, 5 mm Aufbau, Trittschalldämmung drunter, sodass es ideal passt, wenn man drüber geht. Der Boden ist für diesen Bereich im Küchenbereich wirklich hervorragend. Alles was jetzt durch die Spülmaschine an Wasser auslaufen könnte, hält der Boden aus. Was durch die Spülmaschine, vielleicht Teller oder sonst was runterfällt, hält der Boden aus. Auch ganz wichtig hier im Einsatzbereich Küche, die Akustik, wenn Sie mit Straßenschuhen reinkommen oder mit harten Schuhen, Gäste kommen rein, weil ihr alles offen ist, haben Sie eine sehr leise Oberfläche, weil sie elastisch ist. Auch das hat die Vineo 600. Also es ist ein Vinylboden, der hervorragend in diesen Bereichen einzusetzen ist, renovierungsfreundlich ist, leise in der Akustik, also beim Begehen ist, auch nach unten hin. Das ist ja auch noch zu berücksichtigen. Dadurch, dass er auch so eine Haptik hat, also die gefühlte Oberfläche, als wenn es ein echtes Holz ist, finde ich sehr authentisch. Auch da haben Sie hervorragende Dekorationen oder Dekormöglichkeiten, sodass Sie verschiedene Kombinationen bei sich zu Hause einsetzen können. Da können wir Ihnen gerne noch weitere Informationen geben, Muster schicken. Also all das, wie Sie denken, das Sie von uns benötigen, wie soll ich meine Farben wählen, wie soll ich meinen Raum gestalten, welche Holzdekormöglichkeiten gibt es in dieser Serie. Die können Sie bei uns auf unserer Internetseite bekommen und auch die Muster natürlich selbstverständlich dazu. Jetzt will ich Ihnen noch zeigen, was passiert, wie auch hier, wenn der Vinylboden bis zur Terrasse rüber geht. Was ist dort zu beachten? Wie ist es dort mit dem rein und raus vom Garten, mit sehr viel Dreck und Steinchen? Was habe ich da zu beachten? Auch dafür hat der Vinylboden und die Vineo 600 absolut eine passende Oberfläche. Eine neue Nutschicht haben wir hier in der Vineo 600, das ist die 0,4 Millimeter. Wo ist das wichtig, dass man sie hat? Warum hat man diese Veränderung vorgenommen? Gerade das, was Sie hier sehen, Terrassenbereich, Ausgang, Sie haben Ihre Partys, Sie feiern Ihre Grillfeste, die Gäste kommen und kommen mit Straßenstuen rein und raus und dann soll die neue Nutschicht es verhindern, dass so viel Macken und Kratzer reinkommen. Genau deswegen hat die Vineo 600 was gemacht. Aber auch zu beachten, Steine unterm Schuh werden Kratzer auch in diesem Boden verursachen. Näheres können Sie bei uns im Magazinbereich finden, in dem Videobereich Vinylboden und Nutschicht und Kratzer. Da können Sie sich weitere Informationen holen. Ich möchte Ihnen Mut machen und sagen, wenn Ihnen da irgendeines der Produkte bei Vineo 600 bei uns im Shop gefällt, melden Sie sich bei uns, wir schicken Ihnen ein Muster zu, gerne auch weitere Informationen. Alles Gute noch!